Hi Leute, ich bin mit euch in unserem Badezimmer und ich will euch zeigen, dass der Zunderschwamm, die Röhren vom Zunderschwamm, also das Gummiartige, nass gemacht und so eine Scheibe abgeschnitten, reibt daran an eure Haut und es reinigt die Poren und verkleinert die Poren. Und die Röhren vom Zunderschwamm, es geht aber auch mit dem Weichen vom Zunderschwamm, mit dem Schwamm vom Zunderschwamm, aber das ist mir zu schade und jetzt habe ich gedacht, ich versuche es mal mit den Röhren, die Poren und Röhren, dass es ja so Gummiartig ist. Und Leute, die ganzen Poren werden gesäubert und verkleinern sich gleichzeitig durch das Antibakterielle vom Zunderschwamm. Ich wasche es dann immer wieder ab und mache weiter. Und ich habe das ja letztens, und das ist ja so rillig, das pielt auch gleichzeitig die Haut. Und ich habe ja letztens das gemacht mit Zunderschwamm-Sud und Mikrofassertuch rein in den Sud und dann mit dem warmen Tuch das Gesicht abwaschen, geht auch. Aber das mit den Poren, mit den Röhren vom Zunderschwamm schneidet man sich ein schönes Stück ab, dass man auch überall hinkommt und der bricht dann irgendwann durch. Dann nimmt man halt das kleinere Stück. Das müsste man jetzt unter dem Mikroskop zeigen. Aber ich hoffe, ihr könnt erkennen, wie schön der Zunderschwamm die Haut reinigt. Das ist die Idee. Viel Spaß beim Nachmachen.